Frenkel frotzelt. Heute. Let's Play. Ghost Control Incorporation. Der Geisterjäger Simulator. Tag ihr Nasenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Ghost Control Incorporation. Äh, ja, ich bin ja gerade auf dem Friedhof und muss gerade noch so einen Geist erledigen. Da waren wir stehen geblieben zuletzt und das mit der Falle, das geht nicht mehr, oder? Ich hab keine... Ach doch, ich hab wieder Aktionspunkte. Jetzt lege ich ihm die Falle da drunter. Und dann bret sich ihm mit meiner super neuen Laserwaffe eine drauf. Na, du steigst. Und fupp! Ich hab ihn. Mein erster Kampf allein, völlig ohne Hilfe. Gratuliere, du hast deinen ersten Einsatz erfolgreich gemeistert. Im Krankenhaus kannst du dein Team kurieren lassen. Anschließend solltest du zurück in die Zentrale fahren. Dort werden deine Fallen automatisch in den Geistertank entleert. Ja, genau. Ähm, jetzt ist es natürlich mörderweit bis zum Krankenhaus, aber egal. Ja, ihr spinnt wohl. Ne, 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 Freunde. Jetzt geh ich mich erstmal heilen. Keine Ahnung, ob was passiert, wenn ich das ignoriere. Ich mach's einfach mal weg. Wir haben grad Urlaub! Betriebsurlaub! Oh, ich hätte vielleicht erst ins Hauptquartier gehen sollen, ich blödmann. Das war ja viel näher. Ja, der Frenkel und Strategiespiele. Ach, er schießt mich doch einfach. Ach komm, das kriegen wir schon. Oh, ich muss tanken. Oh, 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 tanken muss ich auch noch. Oh, oh, oh. Zuerst hatte ich gar nichts zu tun und jetzt habe ich tausend Sachen zu tun und... Dein Tank ist fast leer. Ach was! So, zu heilender Verstand eins. Das kostet zehn Pfund, das kann ich grad noch verkraften. So, und dann kann ich jetzt hier gehen. Tanken. Der hat noch drei Striche, der Tank. Jetzt machen wir keine so eine Panik ständig. Ups, teuer. So, äh, jetzt, äh, ins Hauptquartier. Das Zeug abliefern. Die Frage ist, vielleicht hätte ich erst hier vorbeigehen sollen, da unten, da und da was kaufen sollen. Ja, ich, äh, ich glaube, man kann das Ganze koordinierter angehen als der Frenkel, aber ist ja wurscht. Der Wille ist da. Ich lasse jetzt einfach mal klingeln. Und gehe erst dran, wenn ich dann im Hauptquartier war. Ist gut. Ja, aufgelegt, neu angerufen, auch recht. Ja, der fährt da jetzt nochmal außenrum, oder was, ey? Der hat ja ein Orientierungsnummern wie Nusshörnchen, das hab normalerweise ich. So, gelehrte Fallen, eine. So, jetzt kann ich annehmen wieder. Okay, das Ende ihrer Sorgen ist nah. Ghost Control liefert professionelle Geisterentsorgung. Wir lehnen Rabatte ab, aber wir nehmen Aufträge an. Ich glaube, da bewegt sich ein Außerirdischer aus dem Tube-Tunnel heraus. Schon unterwegs. Dafür sind wir nicht zuständig, ja. Ja, natürlich bin ich unterwegs. Was denkst du denn? Los geht's! Handy weg, wo ist der Geist, wo ist der Geist? Oh, scheiße, das ist auch wieder ganz weit. Da kann ich aber da noch, da direkt ins Krankenhaus. Das muss man einfach positiv sehen. Und ich möchte mir dann hier noch so einen komischen Sensor kaufen. Und schauen, was der kann. Äh, wenn die jetzt da unten mir den Job wegnehmen, dann werd ich sauer, gell? Verpisst euch, ja? Genau, tankt mal ein paar Tage lang. Okay. Die sind wirklich dumm wie Toastbrot. Das ist wahrscheinlich Zufallsprinzip. Die fahren da per Zufall rum, vermute ich jetzt mal. Weil sonst hätten wir ja schon längst da mal irgendwie da mal einen Job abgenommen. Ach, ich hab schon wieder vergessen, Musik für euch zu machen. Weil ich musste die ja ausschalten, die Musik. Wegen der blöden YouTube-Geschichte. Ähm, Copyright und so. So, rüste dein Team aus und los geht's. Ich hab ja alles schon, also, zack. Hm, die Tür war offen. Ich erwarte, dass man uns schon erwartet. Okay, ähm, was ich immer ein bisschen vergesse ist, man kann also mit Shift hier die Wände wegblenden. Und dann sehen wir hier schon einen Geist. Ähm, den wir auch sofort gleich eine draufbrezeln. Du Gnom, du. Du Gnom, du. Ja, er ist ein bisschen schwuppig. Oh, scheiße, zwei. Ähm, ja, dann geh ich mal auf Ballern. Und jetzt mal mit 15 Megawatt. Okay, ich depp. Vier Kästchen hab ich ja nur. Die Waffe hat ja nur eine Reichweite von vier Kästchen. Das heißt, jetzt kann ich ihn hier treffen. Das gerade eben war verschwendete Energie. Ich bin so dumm wie Brot. Auch ich bin so dumm wie Brot. Minus zwei. Ei, dann hat er jetzt schon null. Hervorragend. Dann kann ich ihm ja jetzt gleich noch die Falle unter den Arsch jubeln. Das hab ich mal gedacht. Ey, scheiße, geht wieder nicht. Dann, äh, gehen wir noch so weit vor, wie es geht. Und jetzt kann ich die Falle da nicht hinlegen, ne? Jetzt müssen wir nächste Runde machen. Und er flieht! Der Feigling! Okay, dann lauf ich jetzt einfach mal hinterher. Kann ich ihm jetzt diese Falle drunterlegen? Oder ist das schon wieder zu weit? Ah, ich könnte kotzen, ey. Äh, dann, äh, versuche ich mal den Kumpel zu treffen. Kann ich auch gleich mal. anballern. Der hat auch Minus zwei verpasst bekommen. Sehr schön. Greifen mich die überhaupt an? Oh, kacke. Was ist das denn? Eine schwarze Katze? Kann ich die töten? Moment. Ey, ich muss erst mal meinen Job machen hier, ne? Jetzt, äh, gehen wir erst mal hier drauf. Schwubbeldiwupp! Äh, jetzt kann ich die Falle wieder aufnehmen, oder? Ne, kann ich nicht aufnehmen. Weil, warum nicht? Weil ich keine Erfahrungspunkte habe. Äh, keine. Doch, habe ich jetzt wieder, ne? Kann ich doch dann aufnehmen. Also jetzt mal nur so zum Spaß. Ich will nur wissen, ob das geht hier. Wenn ich jetzt die Katze... Äh, Moment. Ich wollte drauf schießen. Achso, das geht nicht. Okay. Man kann nicht auf die Katze schießen. Sehr gutes Spiel. Sehr gutes Spiel. Das wird die PETA-Aktivisten freuen. Moment, man kann keine Tiere töten. So. Äh, ja, dann gehe ich mal einfach wieder so weit, wie es geht. Ich glaube, das sind noch harmliose Pimmelgeister. Ich schätze mal, da kommt noch mehr. Weil das kann ja nicht sein. Das ist ja... Das sind ja... Die sind ja... Die sind ja nicht mal so schrecklich wie das kleine Nachtgespenst. So. Was hat der überhaupt? Null schon, ne? Genau. So. Falle! Auch wenn er mal die Wahl spricht. Was? Ich kam? Ich siebte? Saubere Arbeit, Leute. Alle Geister eingesaugt. Eingefangene Geister. Bezahlung. Schaden null. Einnahmen. Geld. Hahaha. Du hast Muschi gefunden. Ja. Ja. Also, liebe Kinder da draußen. Ihr könnt... Ihr könnt das auch spielen, das Spiel. Und dann könnt ihr endlich mal von euch behaupten, dass ihr eine Muschi gefunden habt. Entschuldigung. So. Schließen. Und jetzt wird es Nacht, oder was? Habe ich eigentlich einen Schaden jetzt, oder nicht? Kann ich das irgendwo sehen? Ich gehe einfach mal schnell zum Krankenhaus. Ja, ist gut, ey. Ach, ich bin völlig gesund. Ähm. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich möchte jetzt erst wieder zurück in mein Hauptquartier. Ähm. Das heißt, wartet mal. Ja. Wenn ich jetzt einmal hier angeklickt habe, dann kann ich meinen Kurs nicht mehr wechseln. Scheiße. Ich habe schon wieder vergessen, dass ich eher dort hätte fahren können. Ich habe ja 975 Ockenheimer. Ja. Da kann ich mir ja jetzt wieder so einen Sensor kaufen. Was heißt jetzt? Dann kann ich mir endlich einen Sensor kaufen. Die Farbe ist ja ein bisschen komisch. Jetzt wird Nacht, oder so, ne? Vermute ich mal. Moment. Ja, ist gut. Leck mich. Ich muss jetzt erst mal hier zurück. Ich will mein Zeugs abgeben. So. Gelehrte fallen eins. Jetzt kann ich die dann quasi auch verkaufen. Richtig. Ähm. Das gibt wieder Geld. 100. Ja, wunderbar. So. Jetzt fahren wir wieder raus. Und jetzt fahren wir hier mal zum Einkaufen. So. Und wenn jetzt ein Auftrag dazwischen kommt, kann ich den Kurs nicht ändern. Das nervt mich ein bisschen. Genau. Ich muss Musik machen. Ghostbusters. 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 Brauche ich jetzt gar nicht rangehen. Hat keinen Sinn. Weil ich ja erst gar nicht annehmen kann. Weil ich erst mal hier zu meinem Einkaufsding muss. Toll. Gebt mir wieder einen Auftrag durch die Lappen. So. 500 kostet der. Dann nehmen wir natürlich gleich den guten. Ist klar. Schwubbiliwub. Achso. Das geht nicht. Warum? Da rein. I see. I see. I see. I see. I see. Und jetzt. Jetzt könnte ein Auftrag kommen. Jetzt ist keiner da. Dann fahren wir eben mal. Tanken. Das da muss ich kaufen. Das ist das Ziel. Ich gehe mal da hin, um zu schauen, was das kostet. Achso. Ich brauche gar nicht hin. 2,4. Du liebe Scheiße. Da muss ich noch ein bisschen was arbeiten hier. Einziehen? Ne. Das geht ja gar nicht. Lieber mal tanken. So viel zum Thema. Lieber mal tanken. Kann ich jetzt das schon annehmen, oder? Ich nehme das mal an. Guten Tag. Ich hoffe, Sie können mir helfen. Ein seltsamer Wind bläst durch die Tischdecken. In unserem Restaurant. Kein Problem. Das kriegen wir in den Griff. Dafür sind wir nicht zuständig. Rufen Sie die Reinigungsfirma an. Ja, das sind bestimmt auch wieder Geister. Das sind alles Geister hier. So. Ah, das ist cool. Das ist auf dem Weg. Da kann ich schnell tanken. Und dann da sofort dahin. Dann tanke ich, Fettleer. Nein. Ich darf nicht böse sein. Weil ich vergesse sowas ja wirklich gern. Da bin ich echt froh, dass mich das Spiel daran erinnert. Wenn es darauf ankommt. So. Freunde. Geister. Jetzt geht es euch aber an den Kragen hier. Aufs Maul gibt es jetzt. So. Oh. Das muss ich jetzt noch annehmen hier. Genau. Energetisch, magnetisch, frenetisch. Ja. Das ist die gute Falle. Die nehme ich dann mal, oder? Eigentlich ist es egal. Na komm. Los geht's. Ich trenne hier mal die Spreu vom Weiten. Du hast deinen ersten Sensor gekauft. Du kannst ihn jetzt mit Hilfe des Sensorenknopfes in der Aktionsleiste verwenden. Was der Sensor macht, verrät sein Tooltipp. Tipp. Du musst den Sensor in einer der beiden Händen halten, um ihn zu verwenden. Klicke auf das Porträt oder drücke I, um ihm den Jäger in die Hand zu geben. Ich verstehe. Ähm. Wenn ich jetzt I drücke. Ne, das geht nicht. Sensor verwenden. Ach so. Ich muss mal weitermachen hier. Ach so. I. Dann öffnet das Inventar. So. Und dann kann ich ihm jetzt hier diesen Sensor da in die Hand drücken. Und dann muss ich wieder wechseln, wenn ich die Falle brauche. Wenn ich das richtig sehe. Oh. Kann ich kein Licht machen hier. Aber das ist doch hell, oder? Hier ist doch hell. Okay. Ähm. Jetzt der Sensor. Was da angezeigt wird, ist sinnlos. Ach. Warum? Ein Geister? Weil, weil ein Geister es nicht gibt? Na gut. Ähm. Dann schauen wir mal. Wenn ich Licht... Ne. Licht kann ich gerade gar nicht machen. Schauen wir mal, was hier zu... Ach. Da ist das Licht. Da könnte ich jetzt Licht machen und ausmachen, oder wie? Ah. Jetzt habe ich es ausgemacht. Toll. Okay. Jetzt dann hier die Tür. Müssen wir aufmachen. Klar? Gehen wir mal vorsichtig rein. Seht ihr was? Ach. Da geht es noch weiter. Die Wohnung. Dann gehen wir halt mal erst da lang. Ja. Toll. Stopp. Ich habe ja... Oh. Was? Hä? Was war das denn? Klappermann trifft Frankle mit zwei Schaden. Geht es noch? Klappermann? Wo ist der Klappermann? Äh. Hat mir der angezeigt? Ich habe nicht drauf geguckt, glaube ich. Wir müssen jetzt erst mal wieder das umtauschen. Weil ich brauche jetzt dann als nächstes die Falle. Geisterfähigkeiten. Hätte ich mir anschauen können, ne? Kostet das überhaupt Aktionspunkte, oder? Hm. Steht hier eigentlich nichts, ne? Probieren wir es nochmal aus. Und wo zeigt es an? Äh. Ach so. Wahrscheinlich erst, wenn ich den Geist sehe. Vermute ich jetzt mal. Okay. Jetzt tauschen wir mal aus hier. Ein Klappermann. Klappermann verfehlt Frankle. Ich sehe den ja gar nicht. Ist der unsichtbar, oder was? Geht es noch? Oder ist es hier einfach, weil es dunkel ist? Ach so. Vielleicht, weil es dunkel ist. Kann ich Licht machen? Scheiße. Da kann ich Licht machen. Äh. Was war das? Marco. Polo. Da ist der scheiß Klappermann. Ähm. Das ist ein Skelett, wie es nicht anders zu erwarten war. Jetzt versuche ich das mal zu killen. Oder zumindest zu verletzen. Energie 5. Spezialfähigkeiten Fluch. Jetzt sehe ich es. Okay. Beim nächsten Schuss könntest du es mal mit Zielen versuchen. Ja. Ich wollte gerade fragen, wo schießst du denn hin, du Vollidiot? Ich habe doch ganz klar auf den gezielt. Ha. So. Minus 2. Jetzt können wir ihm die Falle erstmal drunter jubeln, oder? Es ist doch immer toll, wenn man sich willkommen fühlt. Kann ich jetzt nochmal einen draufbrezen? Mist. Jetzt kommt der gleich wieder dran, ne? Ach ne, ich kann nochmal. Ruhe, Frieden. Bitte. Jawoll. Hurra, hurra. So. Können wir jetzt gehen? So. Jetzt habe ich aber einige jetzt auf die Fresse gekriegt hier. Jetzt muss ich dann wirklich schnell ins Krankenhaus. Ähm. Aber die Bezahlung war okay. Schließen. 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 So, und jetzt nix wie ins Krankenhaus. Ne, 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 Freunde. Ich muss mich jetzt erstmal heilen. Das heißt, ich hätte sich nicht wegdrücken müssen. Naja. Eine neue Liste an Bewerbern ist eingetroffen. Oh. Das ist teuer, meine lieben Leute. Meine Fresse. Man darf nicht so viel Geld ausgeben, glaube ich, am Anfang. Man muss wirklich ein bisschen sparsam sein. Ähm. Ja, dann versuche ich jetzt mal ins Hauptquartier zu fahren. Was anderes bleibt mir ja gerade nicht übrig. Da kann ich dann mein Zeug abgeben und, äh. Ja. Jetzt kann ich halt leider gerade gar nichts machen. Ich muss jetzt ins Hauptquartier. Zumindest weiß ich nicht, wie man es abbricht. Ob ich da nicht so anders noch hin kann. Äh. Hat aufgegeben. Kann es ja wohl nicht so schlimm gewesen sein, ne? Ja. Ja, komm. Wenn ihr es Ding Dong machen hört. Das ist nicht das Spiel. Das ist, äh. Das rutscht mir mal in den Buckel runter. Ich habe gerade keine Zeit. Ähm. Das ist nicht das Spiel. Das ist der Kirchturm bei mir um die Ecke. So. Das da können wir jetzt auch wieder verkaufen. Gut. Zeit anhalten. Verflucht noch mal. So. Ja. Wir sind am Ende dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, lasst mir ein Like da. Wisst ihr ja. Daumen hoch. Ganz wichtig. Und, ähm. Eine Folge habe ich noch. Und dann entscheiden wir, wie das ankommt bei euch. Oder gar nicht. Ja. Und dann, äh. Ja. Bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.